Ein Buch, Titelworte wie in Stein gemeißelt, Die with Zero, ist die These des Autors, der aus den USA stand, Bill Perkins ist sein Name, ein Enfant Terrible dort, was auch das Investment an der Wall Street und Co. angeht. Seine These, lass nichts übrig am Ende deines Lebens, sieh zu, dass dein Vermögen irgendwann auch wieder sinkt. Wir Deutschen neigen dazu, viel Geld auf dem Konto zu lassen, auf sicher zu spielen, obwohl wir natürlich gesetzlich eine viel höhere Rente haben im Verhältnis als jetzt Amerikanerinnen und Amerikaner und viele andere auf der Welt. Und da sagt dieser Autor, der das natürlich sogar noch aus der US-Brille sieht, haltet ein, gebt Geld aus, bevor es zu spät ist, kümmert euch zum Beispiel um eure Kinder, dass die im richtigen Alter Geld von euch bekommen. Und warum? Naja, das erzähle ich jetzt. Man lernt in diesem Buch nicht automatisch etwas, außer ein paar sehr gute Statistiken, gerade weil es auch aus US-Sicht geschrieben ist, muss man vieles hier in Deutschland übersetzen, glaube ich, auf unsere Systeme. Aber es bringt einen wahnsinnig zum Nachdenken über den Wert von Erfahrung und was es in aller Konsequenz heißt, dem Erfahrung zu sammeln, vielleicht nicht so viel zu arbeiten, mehr zu investieren in Urlaube und in andere schöne Dinge und nicht zu sparen, zu sparen, zu sparen, bis man eigentlich gar nicht mehr in der Lage ist, es wirklich auszugeben. Kritik an dem Buch ist insofern berechtigt, dass man natürlich sagen kann, der Autor kann ja nicht wirklich reden, der hat selten Geldnöte gehabt, der hat es immer recht gut gehabt und damit geht er aber auch sehr, sehr offensiv um mit dieser berechtigten Kritik. Er ist ja reich, er ist an der Wall Street reich geworden und aus Recht einiger Leserinnen und Leser mit Sicherheit der Letzte, der dem Normalverdiener große Ratschläge geben kann bei so einem sensiblen Thema. Ich glaube, wer aber mit Spitzenfingern liest und einfach mal sagt, gebt dem Autor eine Chance, der hat hier durchaus seinen Gewinn dran.